Eine Blockchain ist wie ein digitales Kassenbuch. Dieses befindet sich in Kopie auf zehntausenden Computern des Netzwerks. Führt jemand eine Transaktion durch, erscheint diese auch in allen anderen Kassenbüchern. Eine Kette von Datensätzen, die Blockchain, hält jede Transaktion unveränderbar fest. Versucht jemand einen Datenblock zu manipulieren, ist dies in jeder einzelnen Kopie des Kassenbuchs sichtbar. Jeder Teilnehmer kann jederzeit jede Transaktion überprüfen. Das macht die Blockchain zu einer großen Vertrauensinstanz. Eine Blockchain ist wie ein digitales Kassenbuch. Dieses befindet sich in Kopie auf zehntausenden Computern des Netzwerks. Führt jemand eine Transaktion durch, erscheint diese auch in allen anderen Kassenbüchern. Eine Kette von Datensätzen, die Blockchain, hält jede Transaktion unveränderbar fest. Versucht jemand einen Datenblock zu manipulieren, ist dies in jeder einzelnen Kopie des Kassenbuchs sichtbar. Jeder Teilnehmer kann jederzeit jede Transaktion überprüfen. Das macht die Blockchain zu einer großen Vertrauensinstanz. Eine Blockchain ist wie ein digitales Kassenbuch. Dieses befindet sich in Kopie auf zehntausenden Computern des Netzwerks. Führt jemand eine Transaktion durch, erscheint diese auch in allen anderen Kassenbüchern. Eine Kette von Datensätzen, die Blockchain, hält jede Transaktion unveränderbar fest. Versucht jemand einen Datenblock zu manipulieren, ist dies in jeder einzelnen Kopie des Kassenbuchs sichtbar. Jeder Teilnehmer kann jederzeit jede Transaktion überprüfen. Das macht die Blockchain zu einer großen Vertrauensinstanz.